So, das Ziel ist es, diese Kerze zu brennen zu bringen. Es ist leider unmöglich mit diesem Scheiß-Drecksfeuerzeug hier, weil die Flamme zu klein ist. Und es ist noch unmöglicher, weil ich nur eine Hand frei habe. Meine Frisse. Aua. Uiuiuiui. So, schaut euch das an. Mensch, ist das schön. Oh, da ist noch so eine Klammer dran. Die kommt aber weg. Die kommt jetzt weg. Hier ist der Übeltäter. Das ist der Übeltäter, weil er nur noch Übles tut. Nämlich gar nichts. Das einzige, was schlimmer ist als Übles, ist gar nichts. So, das Experiment. Gucken, wie schnell so ein Ding Feuer fängt. Uiuiuiui. Na komm, na komm. Scheiße. Alter, das geht's aber nicht. Scheiße, brennt nicht. Scheiße. 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 Fehlgeschlagen. Absolut. Rotzscheiße hier. Wolltest du mich nah ran machen? Ja, ne? Da schwimmt die Scheiße, ey. Hier, die Karte, die ist völlig okay. Echt? Aber das hier, ey, ne? Jetzt kriegt's ja den Jagara-Fall des Todes zur Strafe hier. Und ab, na. Stirb. BIRST BLOOD.